Es ist sicher, sagen wir es so. Es ist sicher so. Über 400.000 Stroh ist drinnen und 258.000 Silage ist schon gemacht. Ah ja, da geht es nicht eine Million aus. Fast so um die... 100.000 sind das dann. Je nach Preis. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, okay. Ja, sehr. Überlegen. Wann, ob ich das bis 12 schaue? Was ist bis 12? Wann ich das schaffe, das fällt. 13 Uhr. Ja, 13 Uhr. Dann haben wir Appla. Ah, okay. Ja. Jetzt. Der checkt das auch nicht gerade. Ja. Der will den großen abladen. Glaub ich. Da willst du nur wegfahren. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Da hängt er dann manchmal. Ja, das sieht dann nicht ganz aus, was er da eigentlich machen soll. Weil das Rohr ist, ähm. Das bleibt dann hängen. Das bleibt dann hängen. Beim Großen. Beim Kleinen wird es reingehen. Beim Großen bleibt es aber dann hängen. Okay, jetzt bleibt er ganz stehen. Ich schaue, ob das geht, wenn ich hinfahre. Boah. Das geht sicher. Ja. Also der Steirer tut sich verdammt schwer mit dem Sinn von den beiden, wenn das halbwegs voll ist. Ja gut, er braucht ein bisschen, aber dann fährt er eh ganz schön. Jetzt fährt er auch mit der höchsten weg. Wenn ich mit der niedrigsten wegfahre, fährt er auch süge gleich weg. Ja. Alter, jetzt fährst du weiter. Ja, genau. Schau da an die Sämaschine bitte. Genau dort ist der Drescher auch hängen geblieben. Kommen wir gleich. Brauche ich nicht mehr viel. Haben wir noch hin. Ja, nein, ist falsch. Ich lasse da mal. Aber dass du siehst, was ich meine. Weil genau die gleiche Stelle dort ist wirklich der Drescher auch hängen. Nur die eine Stelle. So. Dann hängen wir uns an. Hm? Brav. Dann können wir ihm helfen. Ich weiß nicht, was er da vorhat. Das war verzogen. Ich weiß nicht, was er da vorhat. Ich weiß nicht, was er da vorhat. Ich weiß nicht, was er da vorhat. Der Drescher war genauso. Der ist genau auf der gleichen Stelle hängen geblieben. Ich weiß nicht, was er da vorhat. Ich weiß nicht, was er da vorhat. Ich weiß nicht, was er da vorhat. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was er da vorhören. Ach, ach, ach. ich glaube aber dass man den anhänger noch mal ein bisschen auslernen muss bevor man das geht sich nicht mehr alles aus na gut wir haben ja den anderen auch noch aber ja bestimmt man könnte man könnte schauen ob man schon nachfüllen ich würde nachfüllen weil sonst haben wir es in zwei anhänger dann was mache ich dann gleich naja kein scheiß man theoretisch könnte ich auch wenn ich voll bin das ist ja gleich in der nähe könnte ich auch hinfahren mit rescher gleich ganz gut man muss sowieso entlernen weil der andere check das nicht sonst aber ja kann man zusätzlich machen aber ich schaue mal wie viel wie viel man schon rein geben kann wieder was tut er gerade hin abfüllen wird schon wieder abfüllen kann sowieso schon viel wenn man nicht viel gemacht hast du vielleicht nicht leer gemacht vielleicht weil er kennt das irgendwie jetzt war da wieder hin was ist ja fast wieder zum klaren jetzt war der fahrer wird zum vor man glaubt diesmal ist er nicht hängen blieben oder immer schön hinkommen aber dass das ist jetzt aber auch ein bisschen anders analysiert er das was er schaut ob der hintere voll ist und am fall erst im vorderen quasi wenn er aber schlecht anfährt glaube ich dann bleibt eben hängen am vorderen oder ist dann ja oder 90 prozent da muss man ja plan und um die 20.000 reingehen schätze ich auch und notfalls kann man sich im drescher dann auch drinnen lassen ja oder man muss aber es geht sich eh aus aber ich glaube mehr als 20.000 sind das nicht höch ja 20.000 kann er einladen wieder es sind das auch nicht in jetzt zweieinhalb länge gefahren sind 2000 ganz leer kriegt dann nicht aber immerhin kann sich sogar ausgehen dass wir es schaffen stimmt das ist nicht mehr viel zu zweit geht es jetzt ratzifatzi und ich mache gleich mal ein striegel weil wir zwei felder striegeln da weiß ich gleich düngen und du kannst sie nicht mehr保font Ich finde das schaut auch immer dann ugeil aus, wenn da so einen großen Fall habe ich das gemacht, da auf dieser riesigen Marsch, wo das ganz ganz auf der Insel dieses riesige Feld war, wenn du dich erinnern kannst, da habe ich ja vier Drescher mal gleichzeitig fahren lassen, ist das schön, eben so nebeneinander wirklich gefahren, das war auch cool ausgeschaut. Es heißt halbwegs sauer, wir haben noch eine Stunde. Ah, wird sie schon rausgehen. Ehrlich wie der Plan gewissen, das fehlt auch noch, dass er nicht fertig macht, dass wir etwas anstöckeln können, aber das wird sich, glaube ich, heute nicht rausgehen. Ich bin fertig. Nein, dass man es schon komplett anziehen kann, das ist ja das eine, was man dazu stöckeln muss mit dem Gruber. Oder was kann man... Aber du hast ja eh schon Stroh weg, oder? Was meinst du? Oder was hast du noch nicht geschafft? Dass ich mit dem Gruber dort drüber fahre, dass ich das Feld erweitere. Ja, du kannst es ja noch machen, oder? Ja, wenn es sich so ausgeht, ja. Aber ich habe da noch zwei Felder dann, für Stroh. Achso, du willst erst das ganze Stroh, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Okay, ja, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich die verstanden. Weißt du, dann ist das schon im Silage Silo Trainer, kann sich umwarnen. Ja gut, das ist, glaube ich, jetzt wurscht, ob du da eine kurze Pause machst, oder? Ja, aber ich möchte dann nicht drei Felder liegen lassen, weißt du, ich meine? Aber du hättest jetzt trotzdem jetzt Gruber und dann weitermachen können, das meine ich. Gut, kann ich ja immer noch. Nee, aber weil du gesagt hast, du lässt es ja nicht liegen in dem Sinn. Aber es ist die Umwandlung kann sie nicht, so meinte ich das. Aber es sind noch über 500.000 drin, das dauert noch drei Monate. Warte, was ist da jetzt? Warte, bis wir da helfen jetzt. Warte, bis wir da helfen jetzt. Warte, Mann, hab noch drei Monate bis das alles umwandelt ist. Okay. Werdest du dir nur 120.000 im Monat? Hm, stimmt. Aber ich mach das, fällt fertig, weil dann blockiere ich nicht die Sehmaschine. Ist das ja okay. Ich meine nur, es bleibt ja so gesehen nichts liegen, weil du hast ja was wieder reinführen. Ja, das ist ein Schissenein. Was denn? Vielleicht hab ich da abtanken fahren. Ja. Ja, ich hab da abtanken fahren. Das ist der hintere. Das ist der hintere. Achso Anhänger. Boah. Aus euch schlägt nicht. Nein ich hab's gewusst. Ist das nicht ausgewählt? Entweder wir machen das ein bisschen jetzt noch einfach so. Ja scheiß drauf. Jetzt sehen wir noch zwei mal hin und hier fahren glaube ich. Also zwei mal hier fahren. Ja seine Bahn fertig, meine Bahn fertig und einmal noch. Ja genau. Will ich schon noch machen, ist erwischt. Dann eine Hilfe nämlich eh abdrehen. You're fired. Ja. 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 Na ja. Na da schreib mal eine Gruppe warum man uns nicht fragt. Ja. Weißt du dass ich mir das gedacht hab? Nein. Ah, eigentlich muss man das wirklich beinahe entschrauben. Er macht das jedes Mal. Mach mal. Ja, mach ich. Bitte? Möchte ich da hinstellen? So, ich spiele der letzte Schrappter. Einmal, wie du das gerade machst? Einer, das ist wirklich wichtig. Ja, ich spiele der letzte Schrappter. Tut mir aus, was ich auf? Dich, also kommen die Schrappter. Entschuldigung. Entschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020